Wir reagieren jetzt auf Sarah Wagenknecht bei Paul Ronsheimer. Ronsheimer hat hier einige ziemlich kritische Fragen gestellt. Also ihr wisst, Ronsheimer von den Springer-Medien, extrem provestlicher Journalist, der auch direkt aus den Kriegsgebieten berichtet und dort die Meinung der kriegführenden provestlichen Partei immer am schnellsten an den Mann bringt. Und wie gesagt, da hat Sarah Wagenknecht hier einige kritische Fragen gestellt, die wir uns jetzt zusammen ansehen werden. Warum bezeichnen Sie diejenigen, die die Ukraine unterstützen wollen, die sagen, die Ukraine braucht mehr Waffen, ich komme gerade von der Front und ich kann Ihnen berichten, dass wenn man dort ist und mit den Soldaten spricht, dass sie sagen, sie könnten sich wesentlich besser verteidigen, wenn es mehr Munition gäbe. Also man steht dort in diesen Schützengräben, sieht und merkt, wie man beschossen wird und die Soldaten sagen, die Russen schießen zehnmal, sie können sich nur zweimal verteidigen. Wenn ich dann gleichzeitig höre, dass Sie sagen, diejenigen, die die Unterstützung für richtig halten, kriegsbesoffen sind, dann frage ich mich, wie kommen Sie auf solche Formulierungen? Das habe ich gesagt zu einem Antrag der Koalition und auch zu dem Antrag der Union, wo es um die Lieferung weitreichender Waffen, also Taurus-Raketen geht. Waffen, die über 500 Kilometer nach Russland reichen können, wo Herr Kiesewetter sehr offen gesagt hat, es geht jetzt darum, den Krieg nach Russland zu tragen, also zum Beispiel Ministerien, die befinden sich in Moskau, mit diesen Waffen zu attackieren. Ich halte das für den puren Wahnsinn, dadurch, wenn wir den Krieg mit deutschen Waffen nach Russland tragen, dann tragen wir den Krieg nach Deutschland und das ist unverantwortlich gegenüber den Menschen in unserem Land und es hilft am Ende auch der Ukraine nicht, weil es ist ja keine Hilfe oder keine Unterstützung, diesen Krieg immer weiter zu verlängern. Es sterben jeden Tag junge Männer an der Front, für die Zivilbevölkerung ist es ein einziges Leiden und mir hat noch niemand erklären können, wie mit militärischen Mitteln dieser Krieg beendet werden soll. Aber Frau Wagner, Sie haben ja gerade im Zusammenhang mit Nawalny beschrieben, was für ein Machtapparat dahinter steht. Es ist ein Mafiastaat, es ist ein Staat, wo politische Morde passieren. Wie die Ukraine. Grausamkeiten passieren jeden Tag und wenn Sie sagen, es müsse verhandelt werden, dann sagen Sie ja gleichzeitig, dass ein Teil der Ukraine unter diesem System leben soll. Also unter einem Machthaber Putin, der auch nach Ihrer Aussage gerade eben politische Morde anordnet. Ich habe erlebt in der Ukraine, wie Menschen vergewaltigt wurden und die mir davon berichtet haben, gefoltert wurden, Zivilisten umgebracht wurden, dieser Angriffskrieg eben geführt wurde auf brutale Weise. Also wie können Sie denn tatsächlich diesen Menschen sagen, sie sollen unter Putin leben? Diese unfassbare Emotionalisierung. Also und immer dieses Krieg ist schrecklich, Krieg ist schrecklich, Krieg ist schrecklich. Deswegen müssen wir den Krieg solange es geht fortsetzen. Also was ist das erstmal für ein Krieg? Aber das passiert natürlich, weil man nur die Kriegsverbrechen der einen Seite anspricht. Also wenn Ronsheimer mit Menschen geredet hätte, die in Mariupol unter der Besatzung des Asov-Regiments leben mussten, dann hätte er da ähnliche Berichte bekommen. Nur halt, nur da wären dann halt die ukrainischen Truppen die Täter gewesen, beziehungsweise damals das Asov-Regiment, was mittlerweile die Sturmbrigade 3 der ukrainischen Armee ist. Also ja, es kommt immer darauf an, wie man fragt. Also zum einen ist auch in der Ukraine jetzt keine lupenreine Demokratie. Alle Berichte auch schon vor dem Krieg, die das analysieren haben. Aber Sie wollen ja jetzt nicht ernsthaft die Ukraine mit Russland vergleichen. Doch, das sind zwei Länder, die sich in fast sämtlichen Belangen gleichen und die durch diesen Krieg nochmal sehr viel ähnlicher geworden sind. Mit dem ähnlichen Repositionelle, mit einer ähnlichen Korruption bis in höchste Ebenen, mit ähnlich diktatorischem Regierungsstil. Also ja, nur dass Russland halt von seiner eigenen Oligarchie beherrscht wird und in der Ukraine halt immer, ja, der Hegemon, die Hand obendrauf hat. Gerade die Ukraine im Krieg ist natürlich schon ein Land, auch das sehr repressiv auch gegen Oppositionspolitiker vorgegangen ist. Länder im Krieg werden in der Regel nicht demokratischer, sie werden undemokratischer. Aber damit verhabenlosen Sie gerade wieder Wladimir Putin. Nein, ich verhabenlose Putin. Die Ukraine ist total undemokratisch und gerade im Krieg. Also sie formuliert das total defensiv. Man könnte auch sagen, die Ukraine ist eine brutale Diktaturaktion, kann ich noch schlimmer aussetzen als in Russland und die ist gerade wahrscheinlich auch noch korrupter als Russland und ist im Gegensatz zu Russland auch absolut unsouverän. Also der Westen finanziert den gesamten ukrainischen Staatshaushalt beziehungsweise steht dafür gerade, dass die Ukraine an den internationalen Finanzmärkten überhaupt noch Kredite bekommt, dass die Ukraine den Außenhandel überhaupt noch organisieren kann. Also ohne Hilfe des Westens würde der ukrainische Staat innerhalb kürzester Zeit zusammenbrechen. Also die Ukraine, die ist nicht mal souverän. Also so gesehen sieht es in der Ukraine noch schlimmer aus als in Russland. Probleme ansprechen, die es gibt in einem Land und es gleichsetzen mit Russland. Auch in ukrainischen Gefängnissen sind Oppositionspolitiker zu Tode gekommen. Das ist jetzt wirklich keine Putin-Propaganda. Und jeder einzelne Fall ist eine Tragödie. Aber reden wir doch mal darüber, wie mit Waffengewalt, was soll denn dabei rauskommen? Glauben Sie ernsthaft, wenn wir Waffen und noch mehr Waffen liefern, dass die Ukraine irgendwann die russischen Truppen beispielsweise von der Krim vertreibt, dass Russland die Atommacht, Russland das zulässt? Das ist doch keine sinnvolle Strategie, weil sie nicht realistisch ist. Aber bleiben wir erst mal bei meiner Frage, die Sie nicht beantworten. Ich habe gesagt, wenn Sie fordern, das verhandelt so, dann fordern Sie gleichzeitig, dass Menschen in der Ukraine unter dieser Schreckensherrschaft leben. Was heißt unter dieser Schreckensherrschaft? Also wir können das ja mal ausprobieren. Wir können ja mal in den fraglichen Oblasten Donetsk, Luransk, Saponetscher und Kershon durchführen lassen. Und dann sehen wir ja, unter wessen Schreckensherrschaft die Menschen da leben wollen. Unter der russischen oder der ukrainischen. Das könnte man ja rausfinden. Also die Vorschläge nach international vermittelten Referenten, die gibt es ja. Also das, was ich höre aus der Ukraine, ist, dass die jungen Männer nicht mehr bereit sind, sich in diesem Krieg verheizen zu lassen. Das ist ja auch ein Problem, das die Ukraine zurzeit hat. Die braucht ja eigentlich nicht nur Waffen, sie braucht vor allem Soldaten. Und wir haben allein in der Europäischen Union 600.000 junge Männer aus der Ukraine, die geflohen sind, damit sie nicht eingezogen werden. Also auch die ukrainische Bevölkerung möchte, dass dieser Krieg endet. Nein, Frau Wagenmeck, das muss ich kurz erklären. Es gibt nichts, was die ukrainische Sprache angeht. Putin hat ganz klar gesagt, dass die ukrainische Sprache, die ukrainische Kultur, schon immer, dass die ein Teil Russlands sei und das völlig wäre, das zu verbieten. Also Putin hat ganz klar gesagt, nee, wir wollen denen nicht ihre Sprache verbieten, wenn wir das Land dann erobert, also die Teile, die wir erobert haben. Es gibt Umfragen, ja, ich kenne diese Schilderung auch, aber es gibt auch Umfragen, die eben klar benennen, dass 90 Prozent, 80 bis 90 Prozent, das sind repräsentative Umfragen, die auch wir durchgeführt haben dort, also unabhängig, 80 bis 90 Prozent sagen, sie wollen keine Verhandlungen. Und ich will Ihnen einmal sagen, was mir Soldaten dort in der letzten Woche an der Front gesagt haben. Ich bin gespannt, ob diese Umfragen auch auf der Krim, auch in Mariupol, auch in Donetsk, auch in Luchansk, sprich in den umkämpften Gebieten durchgeführt wurden. Also das würde mich jetzt echt interessieren. Da fragt gerade einer im Chat wegen dem, ja, verboten wurde die russische Sprache in der Ukraine, soweit ich weiß nicht. Es gab ein Sprachengesetz, was die russische Sprache existieren wollte. Das hat das Parlament 2014, kurz nochmal Darmfutsch, beschlossen. Das wurde dann ausgesetzt, wurde dann später aber aktiviert. Also es gab tatsächlich, also es gibt da tatsächlich Versuche in diese Richtung. Komplett verboten ist es, soweit ich weiß nicht. Wenn ich da falsch informiert bin, dann schickt mir bitte das Artikel zu, der mich da korrigiert. Also im Chat schreibt es gerade noch einer, in dem Grundsätzen der Bild-Zeitung steht, dass es Aufgabe der dort arbeitenden Journalisten wäre, das transatlantische Bündnis zu stärken. Also es wird sich absolut keine Illusionen machen, also wessen Interessen die Bild-Zeitung vertritt. Der größte Aktionär des Springer-Konzerns ist amerikanische Heuschrecke, KKR, die auch in ihrem Portfolio Rüstungsunternehmen hat. Das wollte man an der Stelle wahrscheinlich auch mal erwähnen. Und guckt euch mal an, in was für Lobby-Organisationen der Matthias Löpfner so sitzt. Bilderberger, WEF, alles mit dabei. Also Illusionen sollten wir uns da glaube ich nicht machen. Wie gesagt, natürlich wollen wir keinen Krieg, aber wenn wir uns hier geschlagen geben, dann ist das nächste Dorf hinter uns dran und da wohnen meine Kinder, da wohnt meine Frau und dann werden die von russischen Soldaten vergewaltigt und deswegen stehen wir hier an dieser Front. Ja, die Ukraine war immer ein bilinguales Land. In ihrer heutigen Form wurde sie ja von dem Bolschewiki geschaffen. Russische Propaganda? Nein, einfach geschichtliche Tatsache. Also die Ukraine, die war im Diktatfrieden von Brest-Litovsk nie ein eigener Staat. Die Ukraine, das war immer ein Gebiet, das teilweise unter deutscher Herrschaft, teilweise unter Habsburger Herrschaft und teilweise unter russischer Herrschaft stand. Und unter den Bolschewiki ist es dann größtenteils unter sowjetischer Herrschaft gefallen, ein anderer Teil stand unter polnischer Herrschaft. Und die Bolschewiki, die haben dann so eine Sowjet-Ukraine geschafft. Die hatte noch nicht die heutigen Grenzen. Die heutigen Grenzen, die wurden dann erst im Laufe der Zeit geschaffen. Stalin hat dann im Hitler-Stalin-Pakt der Ukraine von Polen hinzugefügt und sich damit das Problem dieses extrem westukrainischen Nationalismus mitsamt der UN, Bandera, Schuchrewitsch, also ihr kennt die Namen, importiert. Und Nikita Khrushchev hat dann tatsächlich die Krim von der russischen Sowjetrepublik an die ukrainische Sowjetrepublik verschenkt. Also das ist alles von den Bolschewiki erst nach und nach dazugekommen. Das ist interessant, also um jetzt nicht falsch verstanden zu werden, natürlich begründet das keine völkerrechtlichen Ansprüche in irgendeine Richtung, aber man sollte es geschichtlich wissen, um das einordnen zu können. Also es gibt halt große ethnisch-russische Gebiete in der Ukraine. Das ist einfach eine Tatsache. Städte wie Odessa, Karkiv, Donetsk oder Sebastopol waren immer russische Städte. Das wurden erst von den Bolschewiki in die heutige Ukraine dazugefügt. Städte wie Odessa, Karkiv, Donetsk oder Sebastopol waren immer russisch-russische Gebiete in der Ukraine. Städte wie Est vậy. . Untertitelung des ZDF, 2020